So, hallo und willkommen zurück. Also, ja. Ups. Ähm, ja. Wir machen hier mal weiter. Diese riesigen Schlupfen sind so seltsam, ernsthaft. Aber sie proben echt viel. Musik ist oft kein Hauptthema. Also Weltenkartenmusik. Ups, falscher Knopf. Ich hasse es, wenn das mir passiert. Okay, das wird's das letzte Mal, dass mir das passiert. Ne. Sie dort. Hallo, irgendjemand da? Ich trage hier sofort mit dem Hauptthema. Na ja, wohl doch. Ich wähle den Karten-Thema. Aber ich habe ja auch kein Weltenkarten-Thema gefunden. Hm. Hm. Ah, sie sind so einfach hier eisen. zu finden. Gut, mehr kann ich eh nicht mehr sehen. Und auf ein Kübra habe ich jetzt keinen Bock. Ja! Ja! Man, so großartig! Ja! Ja! Was gibt es jetzt zu sagen? Ja, nein! Ich habe mir gerade wirklich nichts ein. Ja! 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 Wenn ihr wisst, könnt ihr mir sagen, ob es irgendetwas Spezielles gibt in der Alpha Edition, dass es ab der neuen Version nicht mehr gab. Sagen wir so, zum Beispiel wie die Zahnräder in der Inde. Weil ich werde ein Special zu machen, aber ja, mir fällt nicht ein wie. Denn es gibt nichts Interessantes in der Alpha Version. Obwohl mir eine sein will, ich spiele die 1.0.4. Und kaputt! Und wieder etwas verloren! Da konnte ich einfach das Wasser ablassen. Da war Kohle? Ernsthaft? Hm? Ich kümmere mich aber um das. Na gut, was soll's. Das ist wenigstens sehr nah. Da vorne seh ich Gold, da vorne seh ich Gold. Gold, Gold, Gold. Und ich habe Angst. Ach, was kann schon passieren? Ein Creep exportiert von meinem Gesicht. Aber das ist dann alles. Also schlimmer könnte es nicht werden. Oder doch? Naja. Gut, das müsste eigentlich alles doch gewesen sein. Naja. Wenn ich nicht gescheit nachschaue, dann finde ich auch nichts. Dann muss ich auch so eine Höhle oder so. Schluck! Da könnt ihr noch spinnen, sparen, sparen. Mip! Ich habe den Druck geschaut und sah etwas Weißes. Aber anscheinend war's gar nichts. Ich habe Angst, dass mich jetzt ein Monster verfolgt. Und ich habe ihn auf dem Weg gemacht. Das ist schön. Oh, nein. Musik Okay, jetzt ist es mir doch wieder passiert, Mist. Uh, Holz. Steine. Liste. Also, ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.